Und wir rennen auf der Stelle. Wer möchte, versucht seine Hände zu berühren. Jetzt kreisen wir noch unsere Arme. Wir hüpfen wie die Flummis, Frösche und Kängurus. Als nächstes kommt Crisscross. Als nächstes kreisen wir uns rütteln. 10 Sekunden lang den Hampelmann. Liebe Kinder, toll, dass ihr bei unserem Heimspiel mitmacht. Würfelt einfach und macht die entsprechende Übung nach. So oft und so lange, wie ihr wollt. Als nächstes probieren wir Hasenhüper. Nun beinziehen wir einen Besenstiel auf unseren Finger. Berührt den Boden. Drei Hände, vier Füße. Zwei Hände und vier Füße. Die Nadel. Einmal rechts und einmal links. Setzt euch, so wie ich, auf den Boden. Gebt eure Beine an und gebt den Ball um euren Körper. Eislauch. Hört. Schlitzschuh. Links, links. Und pirouette. Links, links zur Verb Iwunschung. Alles. All right. K�ischen betrachten uns. Aber. Untertitelung des ZDF, 2020